ich schicke nachher auf jeden fall noch mal die neuen screenshot von den von der statistik dann das ist denn vom letzten mal wo du hier von gestern wo du so krass supportet hast ja semi wie gesagt wenn du twitch hast komm gerne mal rüber und dann sehen wir was da steht wie es dann aussieht vielleicht ist dann glaube ich schon die zweite aufgabe erfüllt von vier ja ich habe jetzt auch so in 20 minuten 25 minuten oder bin ich auch raus aber das bitte dinge dauert so ein bisschen länger die ist so so erst um 23 uhr verfügbar aber ich schicke sie dir und sie ist ja morgen aber das ist zu dem thema was ich vor gesagt hatte das ist schon echt viel wert war schon viel wert ist mit tiktok dass ich da schon ein paar leute hatte das ist schon echt klasse das hilft einem schon enorm weiter hier bei bei twitch wenn wenn du da schon ein paar leute hast auch wenn jetzt gerade nur du drin bist ist doch egal gestern sah es wiederum anders aus ne waren wir ein paar von dir drin und dann sind die drin und dann sind die drin ach gucke da ist sie semi das finde ich ja cool semi ich hätte ich habe es einfach nur gesagt ich hätte nicht gedacht dass du wirklich rüber kommst krass danke dafür auf jeden fall vielen dank wenn du bock hast kannst du mir gerne ein follower da lassen freut mich auf jeden fall dass du rüber schaust dankeschön wieder ein follower das ist ja krass das hätte ich nicht gedacht weil wir uns gar nicht kennen von tiktok und dann kommst du rüber und sagst jo machen wir es gibt auch echt noch liebe menschen krass die wird die welt wird verbunden ist so ach mag ist auch da mag ist wieder da oder immer noch alter was ist hier los man sieht das gar nicht so gut ist richtig hier ausgehöhlt immer noch war nie weg der eggy haut hier geile emojis raus und da habe ich auch schon geguckt gibt es auch geile sachen die man kaufen kann komisch tiktok hat mir die twitch hat mir was angezeigt mit einem zuschauer müsste jetzt mindestens drei sein und zwei kannst du ein haus bauen semi sehr gerne eigentlich nur ich bin gerade so ein bisschen am wandern ein bisschen ein bisschen erkunden hier so die gegend wir haben eigentlich unsere häuser da hinten irgendwo ganz weiter hinten da gehe ich den morgen hin weil ich will jetzt noch laufen 20 minuten und dann beende ich den stream heute und morgen gehe ich wieder zurück nach hause man kann sich das aber auch auf youtube anschauen ich habe nicht nur tik tok ich habe nicht nur twitch ich habe auch youtube ich habe alles aber da heiße ich nicht so wie hier nicht ganz so wie hier ich war immer da also schau die die ganze zeit so mark das hätte mich auch fast gewundert wenn ich du bist ja einer der treust mit sind von 1 auf 5 hoch laut meiner anzeige ich muss das unbedingt wieder ich muss das unbedingt hier einbinden irgendwie mit twitch studio habe ich das eingebunden ich will das aber über obs eingebunden haben dass die zuschauerzahlen sehe das regt mich ein bisschen auf dass ich das nicht sehe eigentlich müsstest du mag dann den mod wieder wegnehmen er zählt so nämlich nicht als zuschauer nein echt moderator zählt nicht als zuschauer was das so das ist ja krass also wenn wenn nur mark hier drin ist steht bei mir kannst du auch auf twitch folgen das mache ich auf jeden fall logisch also wenn auch ab da junge es ist kein monster in der nähe monster gewäck also wenn jetzt wirklich nur mark hier drin lasst doch die tür zu wenn jetzt nur mark hier drin ist dann steht da null zuschauer das ist ja kacke natürlich mache ich das nicht natürlich bleibst du als things mir kasmeer aber jetzt habe ich sie wohl verpasst schade das freut mich immer wenn mir kasmeer bei mir reinguckt ein braucht man ja denke ich mal irgendwann vielleicht passiert mal was und dann sagt man jo man hat ein aber gut zu wissen auf jeden fall er zählt in keine rechnung mit ein glaubst du ist aber auf jeden fall gut zu wissen weil dann wirst du auf jeden fall schon mal kein moderator weil du sollst immer als zuschauer zählen die dorfbewohner machen mir angst mit dem mod die dorfbewohner machen mir allgemein angst sammy ich nenne dich einfach sammy wenn das okay ist niedersachsen ich kann auch sagen aus wolfsburg aus der nähe von wolfsburg braunspike das ist echt krass dass das da nicht mit rein zählt ja es ist jetzt ja auch nicht so unfassbar ich drehe mal hier bei tiktok kurz es ist jetzt auch nicht so unfassbar notwendig moderator zu haben aber einer ist glaube ich nicht schlecht vielleicht ist mal wirklich was aber das reicht auch wirklich hin weil solange mark jetzt ich sage pass auf ich kann jetzt mal vier wochen nicht oder so ne aber wenn er da ist er muss ja auch nicht die ganze zeit da sein ich sage auch aus nrw aus nrw kommen irgendwie alle egal wen du fragst wo kommst du her nrw wo kommst du her nrw wo kommst du her nrw die gewinnen auch immer im lotto lotto gewinner nrw lotto gewinner nrw ist wirklich so nrw ist halt sehr groß hat die meisten einwohner ne oder doch nrw hat die meisten einwohner im bundesland per bundesland ne glaube ich ist hier mal nicht irgendwie ein tempel alter ja ich glaube nrw hat die meisten die haben schon ein paar oh ich muss mal was essen mecklenburg-vorpommern ist ja jetzt auch wirklich nicht so groß was ist das kleinste das kleinste war saarland saarland ist das kleinste bundesland ne bremen bremen oder saarland wer wird millionär im kamen wo kommt sie jetzt her aus hamburg oder woher finden wir jetzt noch mal was geiles hier bevor wir aufhören oder nicht nicht bremen ist das kleinste bremen ist ja bremen ist schon wirklich ein kleiner problem ne also ist bremen das kleinste bundesland oder ist bremen das kleinste bundesland von einwohnern her oder beides aber dieses biome ist auch so gerne das ist das rote das ist dann bio das ist auch schon ganz nett ich freue mich ja schon auf eine höhlentour mit mit aber eine schöne stadt das stimmt bremen ist eine schöne stadt ich war tatsächlich einmal in bremen privat und die anderen male ja auch privat aber für fußball halt bremen ist schon schön ja die leute aus bremen sollen sich verschämen haben wir mal früher gesagt beim fußball oh da vorne ist ein ding ferda bremen hier ist einfach mal ne mine wie geil ist das denn bitte das ist ja auch mal richtig geil ne mine hier so im ich renne hier einfach mal ganz kurz durch das ist ja auch cool mit dieser mine hier oh perfekt wir haben die kiste gleich gefunden die schnappen wir uns und hauen wir wieder ab okay moment wer das weiß man kennt man doch als fußballfan kennt man doch das lapis lazuli nehmen wir mit wir nehmen die fackel ruhig mit leuchtbeeren haben war rot betesam haben war schien brauchen wir auch nicht mitnehmen und eisenspitz sackel ja weiß auch nicht so besonderes drin das andere lassen wir alles liegen ich will jetzt hier nicht das ding auseinander nehmen ich habe gerade kurz überlegt oder doch aber wir haben auch gar nicht mehr so viel platz im inventar und dann holen wir dann nachher wieder so viel raus und was ist blau und sind immer besoffen was ist blau und ist immer besoffen ich sag nur wieso ich hoffe das ist dieses ja nicht der fall also besoffen sein ja aber ich möchte dieses mal nicht irgendwo rum liegen was ist blau und sind immer besoffen hsv ja gut stimmt die sind blau ja oh was ist denn hier los steht einfach mal mine cut hier draußen oh die ist einfach ein spawner an der luft was ist das denn das habe ich auch noch nie gesehen ich wusste gar nicht dass ein spawner so äh kommt das ist ja krass und das wäre schon der zweite punkt den ich mir markiert hätte auf der karte ich will hier nur scheiße drin auf jeden fall eine geile gegend hier was ist denn das ist das schon wieder ein kaputtes ding oder das sieht so groß aus alter hier ist doch einfach überall was zu sehen aua das ist was anderes das ist nicht der ding das kaputte portal what is that what is that ähm dieses haus will ich auch mal finden dieses riesengroße haus was ist denn jetzt ist Sammy ja jetzt ist er weg jetzt würde ich gerne wissen wo er herkommt das ist ein kaputtes portal aber was für eins junger leckt mich noch eine füße das ist ja riesig jetzt hätte ich aber auch gerne gewusst wo er herkommt wir sollten raten wo er herkommt äh wo ist denn hier eine kiste das ist doch schon wieder ein richtiger fake alter riesig das ding wo er hier eine finden werden wo er hier eine finden werden hm man weiß es nicht nein so das eine oder andere werden wir gleich nochmal aufsammeln weil ich weiß nicht ob wir da alles schon haben von oh hier ist lava das ist nicht so witzig äh siehste keramik haben wir zum beispiel noch nicht gehabt hab ich da jetzt ich dachte gerade ich hab die enderperne in die lava geworfen alter das hat ja auch wieder so gepasst zu mir hier muss doch irgendwo eine kiste stehen du hast doch immer eine kiste mit den resten von dem oh hör doch auf ich will nicht hier alles kaputt schlagen ja ist auch egal äh ungern ist egal wir machen auf jeden fall mal folgendes das hatten wir auch noch nicht das ist ein bett siehste das bett hab ich weggeschmissen cool winziger tüt dieser sami wir sollen raten ist er weg aber ich find's cool dass er rüber gekommen ist das hätte ich nicht gedacht das hab ich eigentlich aus spaß gesagt weil ich wusste dass er nicht rüber kommt oder ich bin fest davon ausgegangen das nicht auch geil geile gegend hier ey wollen wir nicht einfach mal hier einen creeper explodieren lassen wo alter die waren da gerade aber noch nicht hast du ihm auch gefolgt ne noch nicht mach ich aber auf jeden fall sowas mach ich nicht wenn ich einen bitte mir zu folgen und derjenige auch streamt dann folge ich ihn natürlich auch kann man das hier so auch machen warte mal